Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale von Welt 1. Zomboss ist da und ich bin gespannt, wie er wohl sein wird. Ich starte ihn mal. Spannend, was wird er uns besorgen? Du hast dich jedenfalls gefragt, warum dein Nachbar dich so einen Hunger hat? Welche geheime Taco-Zitat ihm wohl das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen würde? Braucht er dein Hirn am Ende vielleicht genauso dringend wie wir? Boah, auf keinen Fall würde ich niemals einen Hirntaco essen. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr, was drin war. So, also. Oh, 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 Riesenangriff. Schrott, was wird da auf uns zukommen? Wo springt er hin? Er springt in den hier. So, da können wir schon mal ein bisschen was holen, auf jeden Fall. So, hier auch einmal durchgräben. Oh, da brauchen wir einen. So, hier ein Tombstone. Wie sieht's da aus? Boah, krass. Hammerhart. Äh. Wie sieht's hier aus? Tombstone weg. Ich brauche hier ein bisschen steinige Unterstützung. So, also, nicht so weit nach hinten. Den einen können wir hier schon mal ein bisschen... Den behalte ich mir noch. Und ich guck einfach, dass ich ihn in jeder Reihe... Okay. Ähm. Einmal für den. Zack. Hat das was gebracht? Ne, hat gar nichts gebracht. Scheiße. Treibt der schon den richtigen jetzt an? Okay. Sieht noch gut aus. Oh, scheiße. Er hat mir die Reihe weggemacht. Na. Okay, dann verwenden wir Dünger. Soll mir auch recht sein. Äh, ich hab nochmal Dünger. So, wie sieht's aus? Was bauen wir wo nun? Hier hätte ich gerne nochmal so einen drin. Und hier so ein Schlägertypi. Schrott. Okay, die muss ich einproschen. Äh, wie sieht's hier aus? Jawohl. Nein. Haben wir geschafft, oder? Oh. Krasser Hammer. Und jetzt kommt der Tombi. Den proschen wir auf jeden Fall mal ein. So, hier nochmal einer auf alle. Oh, scheiße. So. Gegen den sollten wir auf jeden Fall vorgehen. Zumindest mal von hinten. Kann ich hier nichts hinbauen? Scheiße. Einmal. Nein! Oh, scheiße. Okay. Wurde besiegt. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch ihn fertig machen. Wie sieht's hier aus? Mist, kann ich gar nichts hinbauen. Aber fressen wir mal die Tombstones weg. So. Dann kann ich hier nämlich wieder vernünftige hinbauen. Vor allem die eine Reihe muss eh gesichert werden. So. Hauen wir die mal weg. Wie sieht's da aus? Hier können wir noch einen Steine hinmachen. So. Komm schon. Da auch nochmal einmal. Oh. Haben wir ihn geschafft? Oder was? Na komm, noch ein Steine hin. Oh. Oh. Wie er halt meine Großen fertig macht. So. So. Hau die Großen weg. Hier brauche ich nochmal. Okay. Machen wir hier einmal. Oh. Und da halt wieder ein Großer. Okay. Okay. Die hat er mir Gott sei Dank weggehauen. Wie sieht's aus? Können wir hier noch ein bisschen was machen? Nee, konnten wir nichts mehr. Schrott. Jetzt hab ich zwei rein. Äh. Wollen wir eine starke Absicherung brauchen? So. Komm. Hier einmal dagegen. So. Dann hau den hier. Nein. Genau den falschen eingefroschert. Oh, den kann ich gebrauchen. Komm. Angriff. Oh. Wir haben ihn geschafft. Nee, jetzt wird er besonders böse. Oder? Okay. Die beiden Reihen sind auf jeden Fall verloren. Okay. So. Wie sieht's aus? Scheiße, der kommt auf der Lane. So. Hier bauen wir einen hin. Scheiße. Und ich hab eigentlich kaum mehr gute. Na komm, hau ihn weg. Da ist schon wieder der nächste. Oh, Glück gehabt. Okay, die behalte ich mir. So, und jetzt bräuchte ich hier mal Scheiße, was bringt er jetzt? Jetzt bringt er die Tombis. Okay. Na komm. Na, ah, schon wieder den falschen. So, hau den um. Komm. So, hier einmal rein. So, hier oben noch einmal. Fuck. Genau in dem Moment hingesetzt. So, wie sieht's aus? Was bauen wir hin? Da sind die große. Da bräuchten wir einen Laser. Oh, Mist. Ich hab... Hab ich noch einen? Doch, hier hab ich einen. So, komm. Hau drauf. So, genau. Auf den großen. Hier, den hauen wir hier hin. Wie sieht's hier aus? Hab ich hier noch einen Schläger? Da hängen auch noch mal einen rein. Oh, ich hab wieder einen bekommen. Okay. Hier in der Lane brauche ich auf jeden Fall einen. So, hau rein. Komm. Nochmal in der Lane. Okay. So, wie sieht's aus? Das hat die Lane natürlich sehr geschützt. Oh, Gott sei Dank. Na. Äh, den machen wir ja schon mal weg. So, hier bauen wir auch einen hin. Und jetzt hätte ich eigentlich gern in der Lane hätte ich gern noch eine Runde. Na, komm. Hau ihn weg. Noch einmal. So, wie sieht's aus? Komm, hau rein. Oh. Komm, nochmal. Na, bauen wir halt hier noch einen hin. Und dann hier davor einen. Jawohl. Welt 1, 25 ist geschafft. Wir haben die Mission erfüllt. Aber es war echt hart. Einen Augenblick. Da war nie Fleisch in diesem Taco drin. Ich habe noch doch Funky in meinem Bart um es zu beweisen. Ja, damit bleibt mehr Hirn für uns später. Wir sehen uns wieder an einem anderen Ort in einer anderen Zeit. Gut, okay. Boss 1, 25 ist geschafft. Aber es war echt knapp. Ich dachte, der haut mich jetzt hier echt um. Und wir bekommen den Erfolg, oder? Jawohl, 25 Punkte halt eben. Oh, das hat sich wirklich gelohnt. Ja, dann danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Wir haben die erste Welt hinter uns gebracht. Und dann geht's jetzt weiter mit Welt 2. Und ja, ich danke dir vielmals und wir sehen uns morgen zu einer neuen Aufnahme. Bis dann. Bis dann.